Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir die FRITZ!Box 4060 zerlegen. In Sachen WLAN ist sie stärker als jede andere vor 2022 erschienene FRITZ!Box. Ja, sogar stärker als viele WLAN-Access-Points aus der Business- und Enterprise-Klasse. Sie kann WiFi 6 aus drei Frequenzblöcken gleichzeitig senden und empfangen. Nämlich 1200 Megabit auf 2,4 Gigahertz plus zweimal 2400 ist gleich 4800 Megabit bei 5 Gigahertz. In Summe also 6000 Megabit brutto. Zudem ist eine sehr moderne DECT-Basis-Station für die schnurlose Funk-Telefonie verbaut, mit einem 32-Bit ARM-Prozessor. Die äußerlichen Hardware-Aspekte haben wir ja schon in diesem Unboxing-Video beschrieben. Um auch das Innenleben besser zu durchschauen, schrauben wir sie heute auf. Da sticht gleich eine silberfarbige Kühlplatte über der CPU ins Auge. Schräg links darüber ein Metall-Käfig über den zwei 5 Gigahertz WLAN-Prozessoren. Drehen wir die 4060 erst mal kurz im Uhrzeigersinn, bevor wir unter die Bleche schauen. Hier die Sicht von unten. Hier der Blick von vorne. In dem langen schwarzen Kasten sitzen alle LED-Status-Leuchten, sowie ganz links im Bild der Connect-Taster. Rechts im Bild zwei Dual-Band-WLAN-Antennen für jeweils 2,4 und 5 Gigahertz direkt auf der Platine. Die zwei goldfarbigen Antennen-Buchsen haben das IPX-Format. Hier nun der Blick von oben, also vom Dach der 4060. Links im Bild zwei weitere Dual-Band-WLAN-Antennen, ebenfalls für jeweils 2,4 und 5 Gigahertz, direkt auf der Platine. Die zwei goldfarbigen Antennen-Buchsen haben jetzt allerdings das winzige und schwer bedienbare Murata-Format. Mittig im Bild eine stehende Draht-Antenne für 5 Gigahertz WLAN. Rechts außen im Eck zwei weitere Dual-Band-Antennen für DECT 1,9 GHz und WLAN 5 Gigahertz. Und hier der Blick von hinten auf die 4060. Links wieder eine der beiden Dual-Band-Antennen für DECT 1,9 GHz und WLAN 5 Gigahertz. Gleich rechts daneben der blaue USB-Port. Dann drei gelbe 1000-Megabit-Ethernet-Buchsen. Dann der blaue 2500-Megabit-Bahn-Port für externe Modems. Und ganz rechts außen die schwarze Power-In-Buchse. Hier ist schon mal das dicke Blech rechts unten über der Qualcomm-CPU abgeschraubt. Auf dem verbleibenden Abschirmblech sieht man ein rossarotes Wärmeleit-Pflaster. Links oben ist auch schon das Abschirmblech über den 5 GHz WLAN-Chips abgehebelt. Da sieht man den linken 5 GHz WLAN-Prozessor ohne Wärmeleit-Pflaster. Und den zweiten 5 GHz WLAN-Prozessor mit einem graubraunen Pflaster drauf. Rechts außen oben sitzt der dritte WLAN-Prozessor für das 2,4 GHz Band. Hier ist jetzt auch das letzte Abschirmblech über der CPU abgehebelt. Da sitzt ein zweites rossarotes Wärmeleit-Pflaster direkt auf der CPU. Genauer gesagt spricht man nicht mehr von einer CPU, sondern von einem System-on-a-Chip, also kurz von einem SOC. Kommen wir zum Antennen-Überblick. Links oben liegen zwei Dual-Band-Antennen für DECT 1,9 GHz und WLAN 5 GHz direkt auf der Platine. Rechts oben liegen vier Dual-Band-Antennen für jeweils 2,4 und 5 GHz WLAN ebenfalls direkt auf der Platine. An diesen gelben Pfeilen stehen zwei Single-Band-Draht-Antennen im rechten Winkel aus der Platine heraus. Sie funken jeweils 5 GHz WLAN. In Summen sehen wir also sechs Dual-Band-Antennen plus zwei Single-Band-Antennen. Zählt man die sechs Dual-Band-Antennen doppelt, dann wären es zwölf Einzel-Antennen. Plus zwei Single-Band-Antennen ergibt eine Summe von 14 Antennen. Davon zwölf Antennen für WLAN, plus zwei Antennen für DECT. Hätte AVM keine Dual-Band-Antennen genutzt, dann wären es tatsächlich 14 Antennen-Plätze. Alle belegten Antennen-Buchsen haben übrigens das größere IPX-Format. Man findet es unter anderem auch in vielen Laptops. Alle offenen Test-Buchsen haben das winzige Murata-Format. Das ist viel schwieriger im Handling als das größere IPX-Format. Schauen wir kurz auf den DECT-Prozessor, bevor wir das WLAN und die CPU vertiefen. Hier hat AVM zum ersten Mal in einer FRITZ!Box einen 32-Bit-High-End-DECT-Prozessor namens SmartBeat DA14495 Low Power von Dialog Semiconductor verbaut. Der neue DECT-Prozessor eignet sich unter anderem für semiprofessionelles HiFi-Audio und für Low-Power-ULE-Netze. DECT-ULE wird auch für die Smart-Home-Vernetzung immer wichtiger. Der moderne DECT-Chip basiert auf einem 32-Bit-Arm-Core. Da stecken im Vergleich zu den bisher von AVM verbauten 16-Bit-DECT-Chips noch große Reserven drin, etwa für spätere Firmware-Updates. Vielleicht mauset sich die FRITZ!Box 4060 später auch noch zu einem kombinierten WLAN- und DECT-Repeater. Das ist allerdings reine Spekulation, aufgrund des starken DECT-Prozessors und der Antennen-Architektur. AVM selber macht dazu keine Aussage. Interessant wäre so ein Kombiprodukt aber schon, besonders für User mit Haus oder großer Wohnung. Genug zu DECT. Das Interessanteste an der FRITZ!Box 4060 ist, natürlich, ihre starke WLAN-Ausstattung. Im 2,4 GHz-Band funkt sie maximal 1200 Megabit. Im 5 GHz-Band funkt sie 2 x 2400 bis 4800 Megabit. In Summe also 6000 Megabit. Alle Werte sind gerundet und auch nur Brutto. Netto kommt bei WLAN weniger raus. Maximal 50 bis 70 Prozent vom Brutto. Unter besten Bedingungen. Und das auch nur auf kurze Distanz. Deshalb muss man WLAN ja auch testen, wenn man die wahre Netto-Leistung erfahren will. Die drei Frequenz-Blöcke der FRITZ!Box 4060 sieht man auch in der Software unter der Rubrik Funknetz. Klappen wir speziell das 5 GHz-Band auf, dann wird klar, der 5G1-Block funkt ab Kanal 36. Der 5G2-Block funkt ab Kanal 100 aufwärts. Hinter der schönen WLAN-Software steckt diese WLAN-Hardware. Unter dem abgehebelten Abschirmblech sitzen zwei schwarze WLAN-Prozessoren der Marke Qualcomm QCN5054. Die produzieren 2 x 2400 Megabit im 5 GHz-Band. Je nach Verschaltung können die zwei schwarzen Qualcomm QCN5054 WLAN-Prozessoren zusammen maximal 8 WLAN-Ströme im 5 GHz-Band generieren. Damit werden die WLAN-Gattungen 802.11 AN, AC und AX bedient. Hier der linke 5 GHz-Chip, da kann man die Marke besser lesen. Da hat kein Wärmeleitpflaster draufgeklebt, der sieht noch ganz neu aus. Und hier der rechte 5 GHz-Chip, da kann man die Marke kaum noch lesen. Da war das Wärmeleitpflaster drauf, das hat wohl die Schrift angegriffen. Rechts neben den 5 GHz-Prozessoren sitzt ein schwarzer Qualcomm QCN5024 WLAN-Prozessor. Der funkt maximal vier WLAN-Ströme im 2,4 GHz-Band. Er liefert die Funkstandards IEEE 802.11 B, G, N und AX. Wobei AVM in der Fritzbox 4060 die Gattung 11B abgeschaltet hat, weil sie zu viel Airtime frisst. Drei Qualcomm WLAN-Prozessoren, das ist eine sehr potente WLAN-Hardware. Das ist kein Spielzeug-WLAN, das ist Hardware aus der Enterprise-Klasse, wie sie auch Cisco, Huawei und Rokus in ihren stärksten WLAN-APs weit oberhalb von 1000 Euro Stückpreis verbaut haben. Mit solcher WLAN-Technik werden auch Bahnhöfe, Flughäfen, Bürotürme und Fußballstadien ausgerüstet. Also Orte, wo sehr viele Menschen gleichzeitig WLAN nutzen wollen. In meiner ganz konkreten Fritzbox 4060 stecken jedenfalls die gleichen Funkmodule wie in dem über 1000 Euro teuren Enterprise-WLAN-AP Cisco Meraki MR55. So einen konnte ich schon Anfang 2020 testen. Damals kam er als WiFi-6-Flaggschiff von Cisco Meraki auf den Markt. Cisco ist mit circa 40 Milliarden Euro Jahresumsatz der Weltmarktführer im Bereich Enterprise-WLAN. Kennt man die Cisco-Preise, dann wirkt der ansonsten vielleicht abschreckende UVP der Fritzbox 4060 von 259 Euro schon fast geschenkt. Ansonsten sind 259 Euro für einen privaten WLAN-Router natürlich schon ein gehobener Preis. Okay, der Cisco MR55 hat auch schon einen 5-Gigabit-LAN-Port mit PoE-Power-Over-Island-Stromzuführung. Das hat die Fritzbox 4060 nicht. Aber so eine PoE-Buchse hat keine Auswirkung auf die WLAN-Funkleistung. Und nun zur CPU, genauer gesagt zum System-On-A-Chip. Ziehen wir auch hier das rosa-rote Wärmeleitband ab, dann offenbart sich ein Qualcomm IPQ8074A mit einer Quad-Core-CPU und einer Taktfrequenz von 2 GHz. Hier die kompletten Technikdaten des Qualcomm IPQ8074, allerdings ohne A dahinter, aus der Website von Qualcomm. Offenbar kann dieses System-On-A-Chip bis zu 12 MIMO-Funkströme gleichzeitig bedienen. Und schon wieder fällt mir der weise Cisco Meraki MR55 WLAN-AP für über 1000 Euro aus dem Jahre 2020 ein. Der hatte auch schon einen Qualcomm IPQ8074. Also fast die gleiche CPU wie unsere konkret zerlegte Fritzbox 4060. Sogar im weltweit allerersten 11ax-WLAN-Enterprise-Flaggschiff Huawei AP7060DEN steckt eine Quad-Core-CPU Qualcomm IPQ8074. Dazu muss man wissen, die Chinesen haben den 11ax-Standard im IEEE, alias Institute of Electrical and Electronics Engineers, maßgeblich mitentworfen und in den entscheidenden Phasen den Vorsitz in diesem globalen Normungsgremium in New York geführt. Last but not least hat auch der technisch hoch angesehene WLAN-Enterprise-Ausrüster namens Rukus seinem ersten 11ax-Flaggschiff Rukus R730 die fast gleiche Quad-Core-CPU 8074 spendiert wie AVM nun seiner Fritzbox 4060. Der Rukus R730 hat ebenfalls 5 Gigabit LAN mit PoE. Der Huawei AP7060DN bietet sogar 10 Gigabit LAN samt PoE. Außerdem sind alle drei Enterprise-APs von Cisco, Huawei und Rukus für Wand- und Deckenmontage gerüstet. Solche Business-Features hat die Fritzbox 4060 erstmal nicht. AVM selber kommuniziert das starke Innenleben der Fritzbox 4060 leider nicht. Hier eingerahmt von zwei AVM-Fritz-Repeatern 6000, die eine fast identische WLAN-Hardware wie die 4060 haben. Die Details zu deren aller Innenleben musste ich mir selber zusammenkratzen. Wenn hier also ein Super-Experte zuschaut, der einige Details noch besser und genauer weiß, bitte immer gerne direkt unter dem Video ergänzen oder korrigieren. Ich freue mich über jeden konstruktiven Kommentar. Doch warum kommuniziert AVM derart starke Hardware-Fakten der Fritzbox 4060 nicht selber? Vermutlich wollen sich die Berliner Fritzbox-Macher technische Änderungen unter der Gehäuseoberfläche während des gesamten Produktlebenszyklus offenhalten. Das ist nachvollziehbar gerade in Zeiten von Pandemie, Schiffsblockaden, Prozessorenknappheit und fragilen Lieferketten. Ich kann hier also nur erzählen, was in meiner ganz konkreten Fritzbox 4060 drinsteckt. In der Hoffnung, dass die restliche Serienware genauso stark ausgestattet ist. Die üppige Hardware der Fritzbox 4060 erlaubt schon durch die drei Funkmodule in Summe den Anschluss von etlichen WLAN-Endgeräten. Die Last lässt sich gezielt auf drei Funkprozessoren verteilen, sofern man die drei Funkzellen durch drei getrennte SSID-Netzwerknamen separiert. Außerdem ist der jüngste Funkmodus 11ax, alias WiFi 6, auch schon grundsätzlich durch das Funkzugriffsverfahren OFDMA auf die Versorgung von etlichen WLAN-Endgeräten gleichzeitig optimiert. Das konnten die bisherigen 11ac WiFi 5 WLAN-Boxen noch nicht so gut. Wer also das Gefühl hat, dass seine 11ac Fritzbox oberhalb von 10 bis 20 WLAN-Endgeräten schon mal anfängt zu schwächeln, könnte sie ja testweise mal mit einer Fritzbox 4060 entlasten. Zurück zum Innenleben. Rechts unterhalb der CPU sitzen zwei Nanya-Speicherbänke auf der Platine der 4060. Sie spendieren dieser Fritzbox zweimal 512 MB DDR3-RAM-Speicher. Zu guter Letzt die kabelbasierten Netzwerk-Anschlüsse. Links silberfarbig, einmal 2500 Mbps LAN-WAN-Port. Dann dreimal 1000 Mbps Ethernet-LAN-Buchsen, gelb. Und rechts daneben der USB-3-Port im silberfarbigen Blechgehäuse. Und hier die Netzwerk-Anschlüsse in den nun wieder schön zusammengeschraubten WLAN-Funkern. Mittig die Fritzbox 4060. Rechts und links außen die eigentlich sehr ähnlichen Fritz Repeater 6000. Auch zu diesen derzeit stärksten AVM-Repeatern 6000 gibt es ein gesondertes Aufschraubvideo. Hier bestätigt der Fluca Microscanner der 4060 gerade den höchsten Speed-Level von 2500 Mbps. Diese Multi-Gigabit-LAN-Buchse kann aber auch auf 1100 oder 10 Mbps herunterschalten, was das Messgerät ebenfalls anzeigt, wenn man ein paar Sekunden wartet. Sehr kompetente und sehr umfassende Technik-Infos zu fast allen jemals gebauten Fritzboxen und Fritz Repeatern findet man auch auf der Seite BoxMatrix. Abrufquelle links oben in der Browser-Zeile. Abrufdatum rechts unten in der Windows 11 Datumseinblendung. Das war mein Galopp durch das Innenleben der Fritzbox 4060. Fragen, Kommentare und Eure Meinung zur Fritzbox 4060 bitte gerne in die Kommentarspalte. Ich reagiere, so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.